das alles explodiert vernichten will er uns ich denke es ist eine Chance ich glaube er ist nah dran die Munition nimmt die man so mutieren kann ja das wäre dann irgendwie ja das sind seine alten Szenen die braucht er jetzt nicht mehr verschießt er die einfach das ist effektiv merke ich gerade zumindest gegen Hellenest das sieht so komisch aus ja irgendwie ist das schon so ein Reitvieh geworden denkt dran wir müssen jetzt hier ausweichen ausweichen genau die schwierigste Kombination so was jetzt ist steigen sie wieder auf den Zug drauf so sehr sehr beliebt warum der das weiß ich auch nicht das ist ja ganz gut überstanden du bist geliebt mal wieder ja da hinten was passiert jetzt schwarzer Wildschirm Black Screen während des Black Screens erledigen sie ihn nein irgendeine Videosequenz kommt jetzt denke ich mal jetzt kundige ich schon die Videosequenzen an ja alles sich wenn du brauchst ja alles sich wenn du brauchst ja die Welt wird Stabilität zurückerlangen ja 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 Slそれでは carbong du 불 verabschiedet! War's das mit Simmons? Scheiße geil, Alter. Nee, noch eine Sequenz. Echo Team an HQ, bitte kommen. Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Ja, und damit haben wir ein neues News... äh, ne Quatsch, ein neues Let's Play, denn... Achso, ja, das könnten wir dann schneiden, natürlich. Mit der Kugel, das hast du gut gemacht, Helena. Ja, also da haben wir uns wirklich gut gegenseitig unterstützt. Du hast mir erst mal... äh, ja, das Bauteil, was er uns entgegengeschleudert hat, äh, mich davor geschützt und ich hab den, dann, den entscheidenden Stoß verpasst. Geil wäre der gewesen, die Kugel direkt ins Auge. Hahaha. Aber es war auch so cool. Endlich mal wieder ein paar normale Menschen, ja. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ordnet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake. Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich hab einen Chris Redfield dran. Ich stell sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon, Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet, verdammt! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 am Anfang die Rede und das ist natürlich eine sehr scharfe oder schlechte weitläufige Verbreitung vom Virus. Oh ja, jetzt hast du die letzten Überlebenden dort auch noch getroffen. Ach man. Da hast du erst gedacht, ja, das ist als Happy End dargestellt. Das war zwar nicht wirklich eins, aber sie haben es so dargestellt und dann hat sich das Blatt nochmal komplett gewendet. Stimmt ja, wir haben noch drei Charaktere und Charakteregruppen vor uns und da wird noch einiges passieren und wir sind ja auch noch nicht mal bei Liren fertig. Was kommt denn noch? Kapitel 5. Ja, denn die Frage ist jetzt auch, wer bekennt sich zu diesem Anschlag? Äh, Simmons nicht mehr? Ne, das ist ja das. Das haben wir zum Glück geschafft erstmal. Da freue ich mich. Vielleicht auch seine Leute da. Ah ja, mal sehen. Rang C, Robby. Schlecht. Ja, ich wundere mich. Sie haben die Hand einer BOW in die Mikrowelle gelegt, ja, das hast du geschafft. Jawohl. So. Ach so, bestimmt weil du nur einen Feind besiegt hast, naja, aber dafür bin ich siebenmal gestorben. Ach so, der hat das... Früchte auch für sich. Und ich hab länger... Hä, wieso hab ich länger gebraucht als du? Das geht doch gar nicht. Hä? Ach, scheinbar... Scheinbar hat der das durch den Absturz irgendwie nicht alles ganz gespeichert. Hm. Tja, man weiß nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Auf alle Fälle bin ich besser als du und das freut mich und... So auch. Damit können wir dann malen. So in diesem Swap-Buffen-Menü gucken und ich hab immer noch nicht die 65.000 Punkte für... Für... Du weißt nochmal, was es war. Äh, wilde Ballerei. Aber... Wilde Ballerei. Genau. Wie viel hast du denn? 45, 300. Also ich hab nichts dazugekommen. Naja. Nichts? Ja, irgendwie... Das Kapitel war ja jetzt nicht so... Da haben wir ja irgendwie entweder gegen unbesiegbare Gegner gekämpft oder... Das stimmt, so viel ist ja gar nicht passiert. Wir sind... Ja, also es ist mehr handlungsmäßig passiert, aber nicht gameplaytechnisch. Also auf alle Fälle hier. Gutes Kapitel hat mir gefallen. Und... Ja, ich denke mal, nächstes Mal gibt's da ein bisschen mehr wieder zu kämpfen. Wir haben wir sehen. Ja. Wir müssen ja jetzt... Äh, wir müssen ja jetzt noch, ähm... Na, wen retten? Äh, wen nicht. Achso, Sherry und Jake. Ach, stimmt, ja. Ja, aber konnten... Können sich jetzt Chris und... Wer war's noch? Keine Ahnung. Diese andere, wir freuen. Werden wir dann auch sehen. Ja. Demnächst. Ja. Hier bei HomeTV LP. Tschüss. Tschüss.